Willkommen zurück bei Part 9 DBZ. Dritte Saga jetzt. Und zwar geht es um die Cyborgs, aber erstmal müssen wir noch trainieren. Son Goku's Familientraining. Son Goku gegen Son Gohan. Wir spielen Son Goku. Wie gesagt, ich habe das schon mal aufgenommen. Da ist das falsche Format oder sowas rausgekommen. Irgendwie hat er das überhaupt nicht erkannt und ich konnte es überhaupt nicht bearbeiten. Bevor die Androide kommen. Gohan, von hier auf aus, wir müssen uns auf trainieren für reale Kampf. Okay, Dad. Good work, Gohan. Keep it up. Being a Super Saiyan should come naturally now. Now, show me what you can do. Right. Abstand halten. Entschuldigung, meine Nase hat gejuckt. Au. Da kommt, nochmal. Aua. Zack. Und. Okay. Frage gezeigt. Aua, okay. Ey. Mann. Ich darf meine Nase nicht kratzen. So, weiter. Wir versuchen durch die Verteidigung irgendwie durchzukommen. Das funktioniert auch mit dem Schlag, wie man irgendwie gesehen hat. Danke nochmal für den Tipp. Das geht also wirklich. Es ist bloß immer ziemlich... Aua. Nervig. Na, komm mal. Kann ich mich jetzt hier vielleicht auch nochmal... Ne, ne. Ist das ein Super Saiyan oder so? Oh Gott. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Okay. Okay. Ja. Ah, mal durchs Bild werfen, den Typen. Au. Komm her. Also. Ich habe ja bereits erwähnt, in diesem kleinen Special Part. Oh, shit. Aua. Einmal ganz kurz alle Tasten drüben. So, haben wir gepackt. Also, ich habe ja bereits erwähnt, dass wir schon ein Dings gespielt haben. Ein Part mit so einem Cyborg. Und ich muss sagen, die kämpfen sich eigentlich ganz... Okay. Das wollte ich jetzt gar nicht. Die kämpfen sich eigentlich ganz gut. Die sind schön schnell. Und das ist ja für mich Name Ente noch richtig gut geeignet. Komm. Na, verdammt. Komm ran, 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 ran. Das gibt es nicht. Komm her. Und. Bam. Durch da. Verteidigung zerdeppert unten. Okay. Eigentlich wollte ich das machen. Okay. Scheiße. Was war das denn? Wieso ging... Ey. Aua. Alter. Sorry. Aber jetzt, wenn er macht, den mache ich auch. Wenn er macht, den mache ich auch. Den kannst du denen haben. Aua. Natürlich. Bam. Und jetzt. Bam. Und nochmal. Bam. Okay. Das hat nicht so gut. Aua. Ey. Den wollte ich nicht machen. Kayoken. Okay. Er wird jetzt ganz locker ab. Alles klar. Na los. Na los. Ja. Komm. Na los. Ran, 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 ran. Aua. Nochmal das Ganze. Zack. Und zack. Und zack. Den habe ich verkackt. Mein Fehler. Und wieder mal durch die Verteidigung durchbolzen. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ja. Da ist die Verteidigung gefallen. Und wir attackieren weiterhin. Nochmal die Verteidigung durchbolzen. Verteid... Okay. Okay. Verteidigung durch. Also das funktioniert wirklich mit Verteidigung durchbrechen. Wie gesagt, nochmal danke für den Tiff. Ich noob, habe es natürlich wieder nicht rausgekriegt. Na gut. Das hätten wir also gepackt. Dann machen wir hinterher schnell... Ein Part, würde ich sagen. Äh, was heißt ein Part? Ein Kampf, meine ich. Mit einem Cyborg. Die Cyborgs, komm. Mal sehen. Also wir kämpfen jetzt mit... Oh. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Was war das? Ich glaube, sie war C-18, ne? Der Typ war C-17. Ich glaube, das weiß ich noch. Das kriegen wir bestimmt hin. Der Gegner war, glaube ich, Vegeta. Understand, I won't go easy on you, just because you're a woman. Then again, you aren't a woman. You're an Android. Ah, Vegeta, du kannst einpacken, Alter. Ich meine, dieses Vegeta sieht gut so cool aus, so als Super Saiyan. Ich kann nicht sagen, ob ich dieses kleine Puppet verweigert habe. Na gut, ran. Okay. Sie kämpft sich schon fast wie so eine Tekken-Kämpferin oder sowas. Und ja, komm. Sie geht uns gut ab, während wir geht ja natürlich nur am Ausweichen ist. Aber irgendwie... Okay. Okay, habt ihr den gesehen? Das war doch ein Tritt in die Weichteile, oder? Boah. Ja, los, komm. Wie gesagt, sie ist übelst schnell, Alter. Wie geht da? Die hat fast gar keine Schnitte hier. Na, komm. Bam. Und nochmal rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Bam. Oh, 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 oh. Das haben wir ja richtig gut drauf hier. Sie geht übelst ab. Okay, jetzt kassier ich. Und. Noch mehr rauf. Noch mehr rauf, vor allen Dingen. Oh, bam, 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 bam. Ich mag ja diese Form von Vegeta sehr. Also, die sieht ganz cool aus. Ich würde den aber auch mal ganz gerne so als Versace Nummer 3 oder sowas sehen, aber noch nie gesehen. Bam. Allerdings habe ich auch die GT-Folgen, das habe ich schon mal erwähnt, noch gar nicht geguckt. Aua. Komm mal her, komm mal her. Jetzt, jetzt. Das ist geil. Das ist übelst gut. Gucken wir mal, wie sie ihn einfach zerstört, ey. Bam. Sie geht richtig gut ab. Also, mit diesem Camp-Van komme ich, glaube ich, ganz gut zurecht. Jedenfalls besser als mit manch anderem. Aua, aua, aua. Da habe ich wieder richtig hart kassiert. Richtig hart auf die Fresse gekriegt. I don't think anyone's planning on interfering in the match, but if anyone does, I'll be stepping in. Understand this, whether you're an Earthling or a Namik, and especially if you're a Kakarot. I will sooner die, than have any of you help me. Äh, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ah, fuck. Den habe ich zu früh gemacht. Nein, aua. Okay, 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 aua. Ja, der war gut. Und nochmal das Ganze. Und nochmal das Ganze. Ein bisschen Pinball mit ihm spielen. Aua. Nochmal ran. Ey. Man musste mehr zweimal drücken, weißt? Und ich drücke den immer zweimal auf die Steuerungstrasse und dann habe ich wieder einmal zu oft gedrückt und ach. Ein Wirrwarr, aber ist egal. Komm her. Bam. Einfach mal einen Lichtkegel machen. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt. Und jetzt. Pass auf. Bam. Und nochmal. Bam. Rauf, 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 rauf. Keine Müdigkeit vor Schützen. Zack, zack, zack. Sie zerstört ihn einfach. Steh auf, ich will dich zerstören. Bam. Und zack. Und buff. Da ist er aber voll reingelaufen, ne? Da ist er richtig hart reingelaufen. Na gut, komm. Da haben wir den Weg jeder platt gemacht. Boring. Für sie ihn einfach zerstört. Aber ich muss sagen, die kämpfen sich wirklich gut. Keine Ahnung. Vielleicht weil die nicht so muskelbepackt sind oder so, aber die sind schön schnell, die gehen gut ab. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier erstmal. Und dann geht es nächstes Mal da weiter, wo es eigentlich in Wirklichkeit weitergegangen wäre. Nämlich bei Part Nummer, also bei Kampf Nummer 3 hier, Saga Nummer 3 mit C-17. Den Terror des Cyborgs. Na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal ciao.